Alter, stell den doch mal vernünftig hin jetzt. Dann ist er mit dir. Ich kann mich nicht mal setzen, ey. Ich bin einfach zu blöd. Einfach zu dumm? Jetzt wissen wir, wo seine geistliche Komponenz ist. Ja, die geistliche Komponenz, genau. Richtig, genau die. Alter, du. Du hast jetzt eine Scheiße gebaut, ey. Ganz einfach. Stellt's vielleicht auf die Kante, der ist vielleicht... Was passiert ist, wenn du den Stuhl jetzt wegnimmst? Ja, dann fällt er um, würde ich sagen. Ja, dann leg ich auch genau auf die Drage. Oh mein Gott, ey. So, bist du schon so mündet, dass du dich jetzt drauflegen musst? Alter, was kannst du denn? Was ist denn mit dir? Oh mein Gott. Oh, Alter, ey. Leck mich am Arsch, du. Eieieiei. Mein Hals sieht gut aus, ey, oder? Oder kommt der nächste? Oh, ich glaube nicht. Eieiei. Mensch, gleich sind die alle mehr nix. Ich würde mal... Ja, ich hab mir mal so gut... Ich will was sagen. Bitte, Dani, bitte. Kann die mal jemand pannen? Schau dir auf die Karte drüben bei Goin Taxi, was da noch für Mannschaften von uns stehen. Alter, was ist denn los? Nehmen wir gerade Mountain City ein. Wir haben keinen RTW mehr in Lakeside, Freunde. Nur noch eine Leitstelle. Alter. Tatsächlich, das ist der Leitstelle ihre Aufgabe. Tatsächlich ist der Leitstelle und Hansmann unterwegs. Also, ne, ich glaube nicht da und Hansmann ist auch unterwegs. Ja, Hansmann hockt aber im Corona. Ja, Hansmann ist im Corona. Horror, nicht Corona. Hat gesagt Corona. Hansmann hat gesagt Corona fährt. Hansmann hat gesagt Corona. Da fährt irgendwo... Keine Ahnung, frag mich nicht. Ne, Gott sei Dank nicht. Ach ja. So, Mampf 40. Aha. Hallo. Oh, das wäre es. Würde ich mir sehen. Ja, wie irgendwo. Da würde ich mich auch sehen. Das ist doch genau hier, oder? Komm, komm. Wir können rüberlaufen. Äh, huch. Was soll man mit der Dracke rüberlaufen? Jetzt kommt gleich Alkotest. 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 Ja. Auf den eigenen Stuhl. Stellen Sie mir doch mal bitte wieder einen Stuhl hin, dann. Ich stelle dir doch selber einen hin. Qualitätsmanagement. Weil du Qualitätsmanager bist, hast du nicht, dass alles weg ist. Ja, ich würde nicht hinhauen. Das ist eine Isenswatte. Glückwunsch, der hat so Herr Paul Berger. Tief, er gesunken ist. Tief. Ich glaube, er kniet nieder. Ja, ja, bei eurer Fachkompetenz. Ja, komm, ich bin mal so nett. Ich möchte ich mal nix weiter sagen. Nein, du brauchst mir kein Studium. Alter, man muss sich setzen. Wo ist das jetzt, Pranz? Ach, deswegen sitzt du also? Okay. Da kommt die Müllabfuhr. Ernsthaft? Ernsthaft? Ey. Ey. Der Bruch ist schon auf dem Serviertisch. Ey, das ist Schulze. Jeder braucht Feuer, Mann. Moin. Pfui. Moin. Der Jungs ist auch am Arbeiten. Ja, ja. Wieso ist das Schulze als Speckbarer drinne? Für euch zur Info, wir sind ja scheinbar auch Paketdienst. Paketdienst. Ja, ist richtig. Oh, Hartmann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hör mich nicht. Nein, ich weiß, dass wir jetzt auch zu brauchen. Weil ich nehm Blüttel, äh, Zigarren. Wenn die Zigaretten schon 10.000 kosten, würde ich nicht wissen, was die Zigarren kosten. Wenn die nicht wissen, was ein Müllabtransportierung kostet. Ich bin ja eigentlich vom Hütting seinen Kontostand runter. Ja, klar, der bezahlt das einfach. Ist ja nicht so, als gäbe es da irgendeinen Chef von, ne? Der hat auch eh kein Geld, der ist ja eh pleite. Was, würden Sie verarschen? Wieso soll der pleite sein? Ja, weiß ich doch nicht. Wer sagt hat denn? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der verdient ganz gut. Der verdient sich dann in die Nase, wo ein Füß aufrummling am Strand, ey. Ja, glaube ich auch. Der lässt sich den Pätschig richtig gut gehen. Ja, das ist richtig. Ja, wahrscheinlich mal die Dieben. Was ich mich aufgeregt, wann der Karl Hüttig eigentlich mal, wenn er sich hier im Dienst mal blicken lässt. Na, wenn der Brand die Fahrer versaut, dann. Ist ja schon längst Hilfe. Wieso? Nee, Brand macht das wirklich gut. Wieso soll ich dich kündigen, oder was? Vollberger? Dann sinkt die Behindertenquote, das geht nicht, das dürft ihr nicht machen. Außerdem kriegt der extra Zuschläge voll. Er sinkt Behinderten- und Frauenquote bei dir. Wieso? Ich hab doch... Erkortes, wenn die aus der Fahrer austreten, dann sinkt dir auf jeden Fall die schwergewichtigen Befote. Äh, du, du, du musst mich nur noch neun Stunden ertragen, alles gut. Ehrlich, ey. Aber weißt du, mein BMI ist wenigstens höher als dein IQ, von daher. Und du weißt nicht mal, wie ich mein IQ schreit. Ja, das ist richtig, aber ich hab wenigstens 24 BMI, du, 22 IQ, ne? Ist tragisch. Ja. So, ich glaub, da kommen deine Kippen, weil nur ein Vollidiot zahlt 10.000 Dollar für die Schachtel. Möchten wir wieder bei dem IQ werden? Ich find das gut, ich kann erst mal Urlaub machen. Habt ihr mir eine Bravo-Schachtel, ne? Das ist ja fantastisch, du. Vielen, vielen lieben Dank, ne? Warte, kein Problem, hab's ja gut sein bekommen. Ja, richtig. Oh, wie war das? Wookie, dankeschön, grüß dich. Ja, ich. Ja, hier, der drauf. Was ist jetzt für sechs Schachteln Kippen, hast du 10.000 Dollar bezahlt? Ach, du Scheiße. Ja, fast, fast, was ist das? Ja, für sechs Schachteln, hätten wir bei mir vielleicht 100 Dollar. Das sind die guten Kippen aus Jaffa, oder so. Ja, ich glaub auch. Feuerzeug krieg ich aber wieder, das ist aus U-Boot-Stahl. Das taucht mal auf, ne? Ja, das haben wir halt den Zufriederhalt. Ich glaub, der braucht ne Kalt, der hat mir mal drauf. U-Boot-Stahl, wer kennt's nicht? Aus U-Boot-Stahl, das taucht wieder auf. Das hab ich noch nie gehört, Alter. Ohne Scheiß. Nee, never, never, nein, never ever. Das ist Lelix-Kluss Nummer eins. Nein, das hab ich noch nie gehört. Ohne Scheiß. Oh Mann. Wo ist das Feuerzeugstätten jetzt? Das kann doch nicht für immer abgetaucht sein. Wo sind meine 20.000, wenn du nur noch mal abgetaucht sein? Nein, das war doch aus Titanic-Stahl. Die Titanic-Stahl? Die Titanic-Stahl? Oh, ey. Ich glaub, hier war's zu kalt, deswegen ist das nicht mehr auf. Uff. Das Ding hat, das Ding hat ein Eisbärk gesehen. Aha. Hallo? Das Feuerzeug hatte keinen Platz mehr auf der Tür. Richtig. Du hast jetzt nicht ernsthaft mein gutes Feuerzeug vom Bund eingesackt. Losbar, voll nicht. Doch, hab ich eigentlich gesagt. Bunt und gut, was? Ja. Alter, ich hab Pipi in den Augen wegen dir, ey. Als ob du das noch nie gehört hast. Ich studier' Medizin, ich bin doch kein U-Boot-Bauer. Ey. Mir kommt gar nicht drauf klar. Meine Kommilitonen erzählen mir höchstens was davon, dass sie gestern wieder beim Gospel-Chor waren. Als ob die rauchen würden. Ey. Ey, sagst du ja. Ja. Habt ihr bei den Volunteers den Müll schon weggebracht? Das stinkt schon wieder nach Windeln von Paolo. Kannst du ganz haagulen. Also, letzten Stand ist ein Abschlepper bei Ihnen im Garten. W-wat, wie ein Abschlepper stand bei mir im Garten? Ja, wir haben eine Abschlepper, dass der Abschlepper aus Ihrem Garten kommt. Ja, das macht ihr aber nächste Woche wieder anständig, ne? Ja, ich hab's ja letzte Woche schon mal gemacht. Ja, ich hab ein Abo bei euch, ne? Ja. Habe ich schon bezahlt, warte mal. Ich hab' mal, dass der Abschlepper wegkommt. Ja, guck mal, ich hab' sogar bezahlt, Freunde. Ne? Wollte. Ja. Ich muss weiter. Ich wünsch was. Ja, äh, schönen Tag. Ne, danke für die überteuerten Kippen, Kollege. Kein Problem, ich mach' jetzt Urlaub. Bis dann. Ja, tschüss. Grüß' mir nötig, ne, wenn du ihn siehst. Losbar. Nein. Losbar. Du kannst doch keinen Urlaub machen. Ich frag mal ne Runde, wir brauchst nur einen, nicht mehr, der sich mal. Ein Medic, hier, siehst du, Medic? Wir haben Urlaub, Ruhe da. Ja, ich mach' jetzt.